Hoppa So, hoppa drauf Jetzt stellen wir noch Always Active ein Strom, zack Holzöffel dazu schlagern, wir haben glaube ich noch was im Inventar oder auch nicht Und nun könnten wir Wenn es passen sollte, müssten sie jetzt noch Sieben Stück sein, sechste sind drinnen, ja Ah, er produziert, super Das heißt, wir haben eigentlich erstmal, dass es so leicht automatisiert ist Es ist jetzt nicht das geilste, aber es funktioniert auf unserem Wege Gut Ich hab doch keinen Hunger Jetzt brauchen wir uns erstmal einen Driver, damit wir auf jeden Fall festplatten Schon mal lagern können Ähm, der Driver da Wir brauchen ein Kabel Und wir brauchen die Dinger Gut, die brauchen wir ja nicht mehr Ist das denn jetzt hier gerade? Achso, das sind die Die Blöcke, die man daraus macht, okay Wir brauchen Eisen, haben wir Ist die Frage, haben wir noch Kabel? Also wir haben, von den beiden haben wir aber ich Wir haben noch dit Haben wir noch irgendwo Kabel? Oh, wir haben noch zum, jawohl Ah, die lag ich doch mal hier zwischen Äh, Breitkabel, okay, den haben wir Hm, ich würde mir gerne mal Zwei Kabel nehmen vorerst Einfach nur da hinzulegen und sicher zu sein, dass wir das noch was haben Ich muss erst schauen Äh, die Fackel mal weg Das reicht ja Deswegen ist angeschlossen, ist unter Strom Der Reaktor muss ja nur laufen, ganz minimal Das heißt, wir könnten eigentlich oben den einstellen Das ist ja mit 10% Vollkommen ausreichend laufen sollte Äh, äh Jetzt drücken wir mal Ja, ich könnte das Programm natürlich anschließen, ja Aber ich drück mal Einfach mal das da rein So Dann läuft der jeweils mit 10%, also mit 40% Insgesamt statt 400%, die er eigentlich braucht So, was wir jetzt noch brauchen, sind natürlich Disketten Und ein Crafting Monitor Da, Crafting Terminal Wir brauchen ja immer das Terminal Dazu brauchen wir die in Gold Und die beiden Dinger, okay, das Goldene Ja, dann müssen wir uns Gold von da besorgen, wenn wir da noch was haben Was ich unter anderem gerade hoffen möchte Okay, wir haben Gold Das Äh, dann muss ich mal eben da hinten nennen Ich will das ganze Dast jetzt nicht vorab verbrauchen Was natürlich heißt, wir werden unsere Erze als erstes in dem ME lagern Da wir das das meiste brauchen, was wir anfangs haben Jetzt machen wir 16 Stück Ist das ein bisschen zu viel? Ne Das ist glaube ich angenehm, okay Ah Okay Das müssen die Logik jetzt sein, ne Darf ich natürlich jetzt keinen Wähler machen Und das sind die Jawohl, das sind die Klar, rein damit Ähm Da brauchen wir natürlich das Terminal noch Da brauchen wir diese Die Dinger noch Da brauchen wir natürlich, okay, da brauchen wir die Dinger auch Äh Warte mal Was braucht der jetzt dafür? Boah, dieser Dieser neue Mod, ne der ist ein bisschen schon verwirrend Doppel Z-Squads zieht Doppel Z-Squads zieht Und das Und das Und Sand einmal Cent sollten wir ein bisschen da wieder mittlerweile haben Ich muss immer auf die Uhr schauen, wie lange wir aufnehmen Aber ist das noch gar nicht so viel Ähm Cent Dann nehmen wir Keine Ahnung Zehn Stück mal raus Hier ist auch noch Cent drin Dann brauchen wir jetzt das und ein Seed Ja, zehn Stück sind okay Wir müssen ja eher gucken, dass wir später mehr bekommen Wenn das ME steht Dann ist das gar kein Problem Dann machen wir das locker weg hier, dass wir zu viel produziert haben Aber am Anfang ist das natürlich Eine herbe Sache, das wegzukommen Man näht natürlich aus Jetzt wollen wir mal hoffen, wenn das jetzt da rein soll Ganz sicher bin ich mir jetzt nicht Äh Das ist ja ein Pure Flux Seed Das muss ja was anderes sein Dass wir nur Das und das da rein schmeißen Äh Also ich bin jetzt nicht sicher, ob das funktioniert Ich schmeiß das mal rein einfach Wir kommen mal so in In drei Minuten wieder Und schauen uns das Ganze an Okay, das heißt wir können momentan nicht weiter craften Weil wir die Dinger nicht haben Ähm Doch, wir können weitermachen Wir können mit dem einen Ding auf jeden Fall schon mal Alles vorbereiten Hat er die? Sechzehn Stück hat er schon sauber Ich würde die mal hier wieder ein bisschen sortieren Wenn wir schauen Den Fluid Transposer habe ich noch was in der Tasche frei Ja Stromkabel sind natürlich jetzt nicht Eingabe können die rausschmeißen Das können wir da wieder zurücklegen Brauche ich momentan nicht Ähm Logic 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 Dann machen wir Silikon hier hin Und Die Dinger sich so ein bisschen sortiert Was ist Okay wir schauen Das war zumindest erstmal hier Ja gut, uns fehlt halt das Ding, ne Aber wir können es auch damit machen In dieser Quats Ich bin voll verwirrt Lassen wir da oben erstmal gucken Vielleicht, vielleicht wird das was Ähm Nether Quads zieht Zühlen Nether Quads Haben wir glaube ich noch jemals rumfliegen Äh, da nicht Ach, ein findes Stück Gucken wir auch mit ganz Angenehm aus die Musik Läuft weiter, Gott sei Dank Oh, das ist eh ein bisschen heavy Ähm Ich sollte glaube ich mal Alles was da ist Hier rüber holen Ich glaube es wäre das einfacher Dann brauche ich nicht so viel rumlaufen Und immer hin und her gucken Nehmen wir die mal mit Und nehmen wir uns mal Die erste Kiste mit Dann haben wir alles da Dann muss ich nicht wie gesagt hin und her laufen Dann ist es auch nicht so wild Braucht noch schon einige Zeit fürs Laufen Allein nur hier Jetzt machen wir eben so Und warten wir das andere Portal mal in die Wand Muss ich gleich gucken, dass ich auf den Ich glaube die zweite Kiste muss ich definitiv auch mitnehmen Dann nehmen wir erstmal dich mit So, sauber, gemütlich Jetzt ist es noch so tief wie vorher Ja, auf jeden Fall, super Gut, dann nehmen wir die jetzt auch noch mit Dann nehmen wir die Rechte mit Wir tun die Wir tun die Äh, Rechte Die steht Jetzt haben wir noch die linke davon Zack Dann haben wir nämlich auch die Monsterfalle ein bisschen aktiver Okay Okay Äh Jetzt brauchen wir Zwei davon mache ich mal Dann mache ich zwei jetzt dann Oh Pfff Den da Zwei, drei, vier, fünf, sechs Den da So Den da, ne Genau, dann macht er die Ähm Kräftigen Monitor Kräftigen Monitor Das ist erstmal das ME Terminal Das ist ja schon okay Wenn wir glaube ich das Terminal haben nur Ähm Den brauchen wir Dann machen wir jetzt etwas kurz Dann brauchen wir zwei äh Davon Die macht er ja gerade Haben wir Gib, 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 gib So